Musik Guten Tag, mein Name ist Jana Hüsekün und ich bewirtschafte mit meiner Familie einen Bauernhof in Tiefendorf bei Hagen. Zurzeit leben auf unserem Hof 200 Milchkühe und noch einige weitere Tiere, von denen ich euch später erzählen werde. Meine Familie betreibt seit Generationen Landwirtschaft und ein ganz besonders wichtiges Tier auf unserem Hof ist Elmo, ein fünf Monate alter deutscher Jagdterrier. Stimmt's, Elmo? Auf unserem Hof leben 200 Milchkühe und eine ganz besondere von ihnen ist Cinderella. Cinderella ist bei uns auf dem Hof geboren, wurde dann als Kalb leider sehr, sehr schwer krank und wir mussten sie sehr stark betüddeln und pflegen und wieder aufpäppeln. Und dank der ganzen Mühen ist sie zu einer so super Milchkuh geworden. Sie ist total verschmust, sie ist mittlerweile sieben Jahre alt und ihr geht's richtig, richtig gut und sie macht uns jeden Tag richtig, richtig viel Freude. Musik Unsere Kühe sind jeden Tag an der frischen Luft und im Sommer auch auf der Weide. Die Kuh, die ihr euch hier gerade so freudig begrüßt, das ist Cini Mini. Musik Musik